An die Arbeit, meine Damen. Legt euer Herzblut in diese Kreation. Ist alles in Ordnung, Esther? Du wirkst so aufgefühlt. Man hat mir heute in der Metro die Handtasche geklaut. Das gibt's doch nicht. Was ist das? Mist, Dio. Du solltest die Tasche zurückbringen. Ich hab ihre Tasche in der Metro wiedergefunden. Hier, bitte. Weißt du, mit diesen Händen, da könntest du schöne Dinge machen. Bist du die neue Praktikantin? Das ist eigentlich eine gute Idee, Gloria. Wenn die morgen nochmal wiederkommt, übernehme ich die ganze Woche die Croissants. André, du kannst schon mal zur Bäckerei gehen. Monsieur Dior sagt immer, ein Kleid, das konstruiert man wie in ein Haus. Fass an, du musst den Stoff fühlen. Du kannst schöne Sachen machen. Ich werde machen, was ich will. Macht es Ihnen nichts aus, Kleider zu nähen, die so viel wert sind? Und samstags zu arbeiten und das für so wenig Geld? Geld ist nicht alles. Was du hier lernst, ist ein Beruf. Ein Beruf, einen Beruf kannst du weitergeben. Das ist wahrer Reichtum. Seit sie in mein Leben getreten sind, hab ich alles aufgegeben. Sie spielen sich als meine Mutter auf, weil sie einsam sind. Ich hab ein Mädchen kennengelernt. Also, es bringt Unglück, die Schere fallen zu lassen. Ich glaub, ich mag sie. Warum machst du das überhaupt? Du kennst die doch gar nicht wirklich. Weil ich es will. Du willst es, was willst du? Und Kulturschneiderin werden. Ich wollte dir helfen, deinen Weg zu finden. Indem ich dir einen Beruf zeige, der einem die Möglichkeit gibt, etwas Schönes zu erschaffen. Mit dem, was man tut. Indem man etwas Schönes tut. Ich brauche jemanden zu lieben. Ich bin es dazu. Ich bin es unter always. Ich bin es im Mutern, Listen Zum. Ich bin es im Mutern. Erdgeist. Es war ein folders�로. Das war wissen Sie, ich bin es ihr.